Ich finde ganz, ganz wichtig, egal wie gut es dir geht, egal was los ist, Alter, du musst immer, und das behaltet bitte alle bei, ihr müsst immer geerdet bleiben, okay? Versucht, auch wenn es blöd ist, ich gebe euch gleich mal ein richtig krasses Beispiel, auch wenn es blöd ist, versucht so höflich wie möglich zu sein. Versucht immer nett durchs Leben zu gehen und ihr seid nicht schwach oder irgendwie irgendwelche Loser, nur weil ihr irgendwie höflich seid, weil ihr Manieren habt. Also, das Ding ist, mir wurde so beigebracht, behandle die Leute immer so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ich habe, der hat halb YouTube ausgenommen, der Gebauer, ey Freunde, ich habe neulich zum Beispiel wieder ein Erlebnis gehabt, das hat mich sehr geerdet, ganz kurz erzähle ich noch und dann machen wir weiter. Schaut mal, der hat sich schief und krumm gemacht für das Geld und Ruhm, ja, das ist halt, ich versuche das immer nachzuvollziehen. Bei mir ist es halt immer so, ich kann niemanden verurteilen, wenn ich mich in diese Situation nicht hineinversetzen kann, aber ich glaube, bei ihm ist es wirklich so dieses, da ist ein Team, was er bezahlen muss. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht so, aber ich kann doch nicht meinen Arsch verkaufen für Geld, Alter. Man muss immer noch wissen, wo man herkommt und wie viel Geld du auf dem Konto hast, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast, du hast recht, Bratan. Das Ding ist, es ist einfach zu sagen, dass das Materielles egal ist, wenn man es sich nicht leisten kann. Sobald Mois das Geld hatte, hat er sich halt alles geholt und sei ihm hundertprozentig gegönnt. Da bin ich voll auf deiner Seite, sehe ich genauso, Bratan, ich schwöre, ich sehe das ganz genauso, aber kommt halt einfach komisch, wenn man die alten Videos kennt. Ich denke auch. Schaut mal, Freunde, bei mir war es so. Ich verstehe das, ja, ich verstehe das ja und wenn du dann mit deinem Traumberuf dann plötzlich durch die Decke gehst, ich glaube, jeder will irgendwie so ein Star sein oder berühmt sein, dann zelebrierst du das, das ist vollkommen in Ordnung und das verstehe ich auch. Aber ich finde, du musst dann immer noch so menschlich bleiben und das ist super, super, super wichtig. Ich sage euch mal was, Freunde, schaut mal, es gab Zeiten, da hatte ich nichts. Wirklich, Kühlschrank komplett leer, komplett leer, komplett am Arsch. Dann hatte ich wieder Geld, dann hatte ich wieder kein Geld, dann hatte ich wieder Geld. So, das war bei mir mal so ein Auf und Ab. Und, Hamdulillah, mir geht es gut und ich bin gesund und glücklich. Okay? So. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Seid erst mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Ich habe zum Beispiel neulich so, das ist gar nicht so lange her, ich habe wieder so ein Erlebnis gehabt, was mich wieder so ein bisschen runtergeholt hat. Also, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich immer wieder Müll im Garten habe. Ich habe so einen halb hohen Zaun, wo sich die Leute halt draufsetzen können. Ne, wenn sie sich hier vorbeilaufen, manchmal setzen sich da die ganzen älteren Leute mit ihren Einkaufstaschen wegen oder einfach, keine Ahnung, setzen sich Leute hin, um sich auszuruhen. Ist auch vollkommen in Ordnung, die können schlafen auf dem Zaun, ist mir egal. Weil, so, das Problem ist, die Leute schmeißen dann halt immer ihren Müll in den Garten. Ne, die nehmen dann immer, keine Ahnung, dann essen die da, snacken die da irgendwas und schmeißen das rüber. So, und ich habe jetzt in letzter Zeit jemanden beobachtet, der da immer wieder saß und wenn er da weg war, lag da Müll. Ich habe ihn nie auf frischer Tat ertappt, so. Weil immer, ihr wisst ja selber, man muss dann mal arbeiten, dann fährt man dann in seinem eigenen Haus vorbei, dann sitzt da wieder diese Person, irgendwann merkt man sich das, so. Da habe ich mir gedacht, okay, muss ich mir merken. Das nächste Mal, wenn die Person da sitzt, älterer Mann, sage ich gleich noch was zu, sitzt auf jeden Fall regelmäßig da und immer, wenn er weg ist, ist da Müll. Ich denke mir so, Mann, Alter, okay, ne, dann kommt man nach Hause, macht man den Müll wieder weg, so. So, und dann habe ich auf den Sonntag mit meinem kleinen Bruder, haben wir den Garten gemacht, ne, haben da wieder ordentlich Müll rausgeholt, so, alles schick gemacht, alles cool. Dann ist Montag und ich habe irgendwie so einen richtigen, kennt ihr so, wenn so ein Tag ist, wo nichts klappt, ne, wo einfach irgendwie alles schief läuft. Krass, diese Revue, das ist mir mit meinem Nachbarn auch passiert. Kennt ihr so Tage, wo einfach alles schief läuft und alles irgendwie so, ich bin so nach Hause gekommen und war so nachdenklich, ne, so. War so ein bisschen aufgewühlt. Geh nach Hause, äh, wollte gleich weiter zum Einkaufen, hatte noch so ein bisschen was im Kopf, so, der Kopf hat gerattert. Und dann sehe ich da diesen Mann auf, wieder auf diesem Zaun sitzen und ich dachte mir so, okay, gut, ne, so sitzt er da schon wieder. Geh so an ihm vorbei, guck so über den Zaun und da liegt Müll, Alter, da liegen Flaschen. Und der Typ hat halt offensichtlich, und das, ich werde das gleich noch erklären, hat halt offensichtlich ein Problem. Und ich habe Freunde, ich habe, das hat mich in diesem Moment so wütend gemacht, Mann. Das hat mich einfach so unfassbar wütend gemacht, dass ich habe, ich habe ihn halt nicht beleidigt, aber ich habe es super unhöflich, super respektlos, habe ich ihm gesagt, dass er seine Sachen da nicht liegen lassen darf. Ich möchte das jetzt nicht genau so sagen, wie ich es zu ihm gesagt habe. Auf jeden Fall, da war ich so, da war ich geladen, ne, war ich wirklich so bam. So, dieser ältere Mann, ihr müsst euch vorstellen, es ist, er ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er obdachlos ist. Und es geht ihm auf jeden Fall, man sieht, dass er sehr arm ist. Er ist sehr, sehr arm, hat auch immer eine Pulle dabei und ärmlich angezogen, so, man ist ja so ein Straßenmensch halt so. Er guckt mich dann mit seinem Blick an, nachdem ich ihm eine Ansage gemacht habe, die echt nicht cool war. Er guckt mich an und sagt, achso, genau, ich habe ihm noch gesagt, er soll seine Flasche auch wieder mitnehmen, die er da gerade in der Hand hat. Er guckt mich an und sagt, oh, Entschuldigung, dass ich mich hier hingesetzt habe, irgendwie so, ich würde doch die Flasche hier niemals liegen lassen, da sind doch 25 Cent, die brauche ich doch. So, es tut mir leid, so, ich wollte dich hier auch gar nicht. Alter, er war so todeshöflich und ich habe ihm so tief in die Augen geguckt und habe da so viel Schmerz gesehen, Mann. Und er hat einfach so übertriebenst höflich geantwortet und so ruhig und so bodenständig. Und ich habe richtig so in seinen Augen gesehen, dass er so ein schweres Leben hat. So richtig so, er hat so mit fast Tränen in den Augen, hat er mir so, da hat er mir das so geantwortet und ich denke mir so, ich bin so ein Bastard, Alter. Alter, ich habe mich so, ich schwöre, das war so ein Moment, wo ich mich so unfassbar krass gehasst habe. Ich schwöre, ich stand da so an meinem eigenen, an meinem eigenen Dings, äh, an meinem eigenen Eingang so, an meinem Tor, habe mir so ans Herz gefasst und dachte so, ich weiß gar nicht, was ich dazu antworten soll, Alter. Das hat mich so, das hat mich so berührt. Und ich habe dann so versucht, mich schnell zu sammeln, weil er gerade aufstehen wollte und weggehen wollte. Ich sage, nein, ich habe versucht, das Ganze irgendwie zu retten und habe gesagt, hey, äh, es tut mir leid. Sie können da natürlich sitzen, das war so nicht gemeint. So, ich möchte nur nicht, dass da Müll in meinem Garten landet, so. Ich habe noch versucht, irgendwie so, gerade zwischen Wut und Trauer, habe ich mich versucht, so schnell zu sammeln, so einen Mittelpunkt zu finden. Und habe ihm gesagt, er soll sich bitte wieder hinsetzen. So, und dann, er hat sogar Danke gesagt, Alter. Er hat sich wieder hingesetzt so und hat so traurig auf den Boden geguckt. Und dann, Alter, mache ich so mein Tor zu, gehe so rein. Ich, ich wollte eh noch einkaufen und denke mir so, Alter, ich bin so ein Bastard. Ich stehe so in meiner Küche, bin dann ins Haus reingegangen, stehe in meiner Küche und denke so, ey, das kann ich jetzt nicht stehen lassen, Alter. Das kann ich, das hat mich so aufgewühlt. Ich dachte so, das, ich bin so in meiner Küche so, ich habe so ein Loch in den Boden gelaufen. Ich habe so im Kreis gelaufen und denke mir so, ey, ich dachte, ich muss jetzt irgendwann, das geht nicht, Alter. Ich, echt, ich hätte die ganze Nacht nicht gepennt. Und dann habe ich gedacht, boah, scheiße, was, ich muss jetzt irgendwas machen. Dann bin ich so in meiner Vorratskammer, habe geguckt, da steht noch ein Sack voller Pfandflaschen. Und ich dachte mir so, also, ja, hätte ich noch sortieren müssen. Habe ich gedacht, ich kann ihm jetzt keine Pfandflasche geben, Alter. Das ist ja ultra abwertend, Alter. Dann sage ich ihm hier, Digga, so Penner-mäßig hier, bring die Pfandflaschen weg. Dann hast du Kleingeld. Und dann habe ich gedacht, nein, Mann, das geht nicht, Alter. Ich kann, er ist immer noch ein Mensch. Habe ich mir gedacht, boah, dann Brot schmieren oder was? Habe ich gedacht, fuck, ich habe kein, ich habe nur, ich habe halt nur Maiswaffeln und Reiswaffeln zu Hause. Ich habe jetzt gar kein Brot. Habe ich gedacht, boah, dann gehe ich ihm gleich irgendwie Brot kaufen oder sowas. Ich muss ihm irgendwas geben. Und dann, Freunde, jetzt kommt die Härte. Habe ich gedacht, was würde ihn jetzt glücklich machen? Der Typ hat ein Alkoholproblem. Und dann gehe ich nochmal in die Vorratskammer, gucke so. Und ich hatte da halt noch einen Sixer. Und ich dachte mir so, von einem Geburtstag, ich selber trinke keinen Alkohol. Sowas bleibt bei mir immer liegen. Und er hat mir gedacht, ey, das ist jetzt makaber und abstrakt so. Aber ich gebe ihm jetzt das. Was ihn glücklich macht. Zumindest für den Moment. Weil wenn ich ihm Geld gebe, dann wird das. Ich meine, es ist scheißegal. Ich gebe immer Geld, wenn ich irgendwie in irgendwo Betteln sehe. Mir ist scheißegal, was der Mensch damit macht. Ist doch sein Geld. Lass ihn Mensch sein. Aber ich habe mir gedacht, nein. Ich fühle es sich jetzt falsch an. Das ist jetzt wieder so dieser Schätan. Ja, man macht damit nichts besser. Aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht das, was ihn jetzt am glücklichsten macht. Und dann habe ich so mein schlechtes Gewissen irgendwie bereinigt. Auch wenn ich ihm jetzt Alkohol gebe, obwohl er ein Alkoholproblem hat. Aber ich habe mir gedacht, hey, das ist jetzt wahrscheinlich das Einzige, was ihn glücklich machen wird. Und habe dann diesen Sechser genommen. Bin nochmal nach draußen gelaufen. Und passt auf, es wird noch krasser, Leute. Das wird noch richtig krass. Ich habe echt, ich habe das abends erzählt. Ich musste das irgendwie mitteilen. Und dachte so, ich glaube das selber gar nicht. Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall rausgelaufen. Habe ihn nochmal angesprochen. Ich sage, hey, Entschuldigung. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich ihn halt so angefahren habe. Und habe ihm halt diesen Sechser gegeben. Alter, der hat sich so gefreut, Mann. Der hat sich so heftig. Ich sage, hey, ich weiß gar nicht, ob sie das mögen. Aber ich habe ihn gesiezt. Ich habe ihn einfach gesiezt, weil ich einfach Respekt vor ihm habe. Ich hatte plötzlich so viel Respekt vor ihm, dass ich gesagt habe, hey, ich hoffe. Ich hoffe, dass sie mögen das. Und er sagt zu mir, hey, irgendwie, ja, ist egal. Hauptsache da ist Alkohol drin. Und das wäre auch nicht nötig gewesen und so. Aber hat sich 3000 Mal bedankt, wo ich dachte so. Oh Gott, ich wusste wieder nicht, habe ich wieder das Richtige gemacht. Und ich freue mich, es wird noch krasser. Es wird noch krasser. Habe ich mir gedacht. Ähm, okay. Ich wollte. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Habe ich mir gedacht, okay, ich gehe gleich einkaufen. Ich kaufe ihm noch irgendwas. Ne, so. Egal, ich muss das irgendwie, bin ich immer noch nicht zufrieden. Jetzt pass mal auf. Hat er sich auf jeden Fall richtig gefreut. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank. Ne, so, jetzt habe ich das wenigstens dann, jetzt habe ich diesen Teufel in mir erstmal so ein bisschen, auch wenn das jetzt wieder makaber und paradox ist. Da habe ich gedacht, ich habe mich jetzt erstmal selber ein bisschen besänftigt. Und habe, okay, ich denke, gut. Ne, so. Er ist glücklich. Ich bin jetzt auch erstmal besänftigt. Ich gehe jetzt eh einkaufen. Ich bringe ihm einfach was mit. Freunde, und jetzt, jetzt kommt das Krasseste an der Sache. Ich bin einkaufen. Gehe dann los und habe das die ganze Zeit im Kopf. Und denke mir so, irgendwas so, bringe ich ihm ein bisschen was mit. Dann hat er halt so ein bisschen, ne. Ein bisschen was zu essen noch. Und ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie sein, was er, wie sein Tagesablauf ist, wo er wohnt, wo was auch immer. Vielleicht sieht man sich ja nie wieder. Obwohl er, seitdem habe ich ihn tatsächlich nicht mehr gesehen. Also. Ich komme dann wieder vom Einkaufen. Und ich kann, ich habe, ich wohne in so einer langen Allee. Und ich kann von weitem, bin zu Fuß gegangen, musste einfach ein bisschen gehen. Ich sehe ihn von weitem, das ist so krass, Alter. Ich habe gedacht, ich habe, ich habe seit, ich habe nicht geweint, seitdem ich sechs Jahre alt bin oder so. Aber ey, das war so traurig. Ich habe immer das Brat an, ich schwöre, ich hätte echt, ich hätte ihm am liebsten ein neues Leben gekauft. Ich komme dann mit den Sachen für ihn, für meine Sachen sind er drin, für ihn auch. Und ich sehe von weitem mein Haus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen. Er ist in meinem Garten und räumt den Müll auf. Also, beziehungsweise er hatte den schon in den Händen. Hat den kompletten Vorgarten aufgeräumt in der Zeit, wo ich einkaufen war. Hat das Ganze einfach ins Gebüsch geschmissen. Auf der anderen Straßenseite. Und ist weggegangen. Also, in dem Moment, wo ich, ich habe ihn gesehen, ich hätte halt laufen müssen, um ihn einzuholen. Der hat einfach meinen Garten sauber gemacht, Alter. Und ist weg. Ich war voll beladen, Alter. Ich hätte laufen müssen, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil das war ordentliche Strecke. Und ich dachte mir, nein, Mann. Ich bin sogar stehen geblieben, so vor Schreck. Ich stand da und dachte so, jetzt fühle ich mich wie ein richtiger Bastard. Das war so krass. Ihr müsst euch vorstellen, ich mache da so eine unmenschliche... Boah. Ich mache da so eine unmenschliche Ansage. Und dann war... Ich meine, ich wusste, das Ding ist, er sagt, er würde es halt nicht machen, weil er das Geld braucht. Und ich war mir in dem Moment nicht mal mehr sicher, ob er das ist. Weil ich bin mir sicher, er hat mir die Wahrheit gesagt. Und dann räumt er meinen Garten auf und geht. Und ich denke mir so... Alter. Das ist krass. Das ist so krass. Ja, und... Ey. Das war mir eine Leere. Ich habe ihn... Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Er sind jetzt... Es ist jetzt einige Zeit vergangen. Und ich habe jetzt... Ich habe jetzt immer was zu Hause für den Fall, dass er nochmal kommt, dass ich ihm was geben kann. Einfach nur als... Zeichen des Respekts. Einfach nur, dass ich... Ich möchte ihm was geben. Ich möchte... Wisst ihr was? Ich möchte einfach, dass es auch anderen Menschen da draußen gut geht. Aber jetzt habe ich halt Kontakt mit ihm. Oder harte Kontakt mit ihm. Und ich möchte, dass es ihm auch besser geht. Und... Boah. Das war so krass, Mann. Und da... Ich konnte mich nicht mal bedanken. So... Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Und ich habe mir... Geschworen... Ich mache das nie wieder. Ich komme... Ich bin gut erzogen. Ich komme aus dem Kampfsport. Ich komme... Dieses Straßending so. Das habe ich... Hey, ich habe das... Ich habe die Scheiße studiert, ja. Aber... Ich habe mir vorgenommen, nie wieder... Respektlos... Oder unhöflich... Irgendwem gegenüber zu sein. Der sich mir gegenüber... Nichts zu Schulden kommen lassen hat. Das war für mich so eine Lehre. Wo ich gedacht habe... Boah. Der hat mich... Der hat mich... Der liebe Gott einfach getestet so. Und ich habe es verkackt. Einfach so eiskalt. Kennt ihr so Bruce Allmächtig? So. Da habe ich gedacht... Da habe ich das eiskalt verkackt. Wahrscheinlich sogar zweimal hintereinander. Da habe ich gedacht so... Boah. Also Freunde... Ich hoffe, dass es... Das ist... Euch auch eine Lehre so... Dass ich habe... Echt... Ich bin in diesem Moment... Bin ich gefühlt einfach nochmal... Zehn Jahre reifer geworden. Weil ich mir denke so... Hey... Du kannst mit deiner schlechten Laune... Alles mögliche machen. Aber teste sie niemals... Oder lass sie niemals... An irgendwem aus... Der nichts dafür kann.